Die Bombenexplosion in Sankt Petersburg war nach Ansicht von Russlands Präsident Wladimir Putin ein Terroranschlag. Das sagte er in Moskau. Gleichzeitig drohte er Terroristen mit einem härteren Vorgehen. Die Sicherheitsbehörden seien angewiesen, Verdächtige bei der Festnahme zu töten, wenn von ihnen eine akute Gefahr ausgehe. Gestern gab es einen Terroranschlag in Sankt Petersburg und erst kürzlich haben die Sicherheitsbehörden einen weiteren vereitelt. Was würde wohl geschehen, wenn all die islamistischen Kämpfer aus Russland, die wir in Syrien getötet haben, gut trainiert, bewaffnet und einsatzbereit, wieder zurückgekehrt wären? Am Mittwoch war ein selbstgebauter Sprengsatz in einem Sankt-Petersburger Supermarkt explodiert. 13 Menschen wurden verletzt. Der Inlandsgeheimdienst FSB nahm sieben Verdächtige fest. Sie sollen Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat haben. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.